Ja, Kinder, was soll ich sagen? Alles bestens. Mir grinst die Sonne aus jeder Ritze. Sag ich mal. Ja, Herr Stromberg. Guten Tag. Guten Tag. Guck mal, ist doch so. Wenn du als Rembrandt jahrelang im Orchester sitzt und denkst, oh, spiel ich scheiße. Und dann kommt jemand und sagt, ja, versuch's doch mal mit Malen. Bums. Das ist eine ganze andere Geschichte. Und das ist jetzt hier praktisch mein Atelier. Keiner kann nicht, dass er das früher gewusst hätte. Aber er hätte wenn und aber. Wenn meine Orme an den Bus, dann könnte er so hupen. Ich wusste es einfach nicht besser. Was für Deutschland die Regierung, ist hier die Schadensregulierung. Jeder arbeitet hier gern. Und die Kunden fühlen sich wohl. Meine Damen, meine Herren, willkommen in der Kapitol. Eins, zwei, drei, vier. Das Büro ist unser Tempel. Unsere Worte stehen in Word. Unser Herz ist nur ein Stempel, der der Kapitol gehört. Wir sind keine Supermänner. Wir sind keine Megafrauen. Wir marken einfach unsere Arbeit. Ihr könnt immer auf uns bauen. Doch wir sind mehr als nur ein Schreibtisch. Wir sind immer für euch da. Wir haben stets ein Formular. Wir sind die Kapitol. Seit 50 Jahren Sicherheit und Schutz. Schutz, 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 Schuss! Komm mal hoch in mein Büro. Geh mal rüber in mein Büro. Ich habe gesagt, wir machen kein Heckmack, wir fahren nicht zu dieser Feier. Ja, aber ich dann eben, aber doch. Das ist so albern und gefährlich. Wenn ich hier gleich stehe und brenne, dann bin ich Sachbeschädigung und dann tut es Ihnen leid. Ja, ach so. Ist jetzt alles hier verbrannt. Ich bin nämlich der Chef der Abteilung, du bist nur der Stellvertreter Gottes auf Erden. Du bist bloß das Kloschild, ich bin das richtige Scheißhaus, verstehst du das? Ja, aber Sie können nicht einfach entscheiden, dass wir alle nicht zur Feier fahren. Ja, äh, doch. Ja, äh, nee. Doch, nee. Doch, nee. Doch, nee. Doch, nee. Doch, noch. Hm?